Wie heißt der Mama? Karlchen? Karlchen, hässlich! Karlchen, hallo! Du den Mauligin! Pyroland Unboxing. 600 Tacken. Er 300, ich 300. Seid gespannt, viel Spaß! Yes! Link ist einfach mal Spaß und Zeit da unten mit in der Beschreibung, weil... ...weil geil! Pyroland halt, ne? Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Stop it! Get some help! Heute dürfen wir es! Heute ballert es eh draußen. Dicker, das sieht aus wie eine Ballerkiste! Ey, da... Ich muss mal kurz... Das ist ja wie so eine richtig geile, beste Kiste, aber in Deluxe und Premium, alter. Pass auf! Boah! Dicker! Gleich mal als Thumbnail nehmen, oder? Ja, klar! Ey, oh! Krass, Junge, krass! Was geht denn hier? Karlchen ist auch mit drauf, das ist wichtig. So! Alter, Alter! Ich fang gleich hier mal an! Ja, können wir machen! Zinschnur? Ja, bitteschön! Achso, ja, wie machen wir das jetzt mit deiner? Bei meinen... Meinstellen wir noch da! Und meinstellen wir noch da! Gut! Oh, wir haben wieder Wunderkerzen und Wundersphäre! Oh mein Gott! Ja, danke für die Wunderkerzen! Vielen herzlichen Dank! Das sind gefühlt die Einzigen, die noch was taugen, Alter, von Pyrolandis. Echt so, Alter! Oder halt alte, ne? Aber... Äh... So, Fire Event Super 2! Aha! Guck mal, die haben die A jetzt extra klein gemacht! Ach, haben die die... Fire Event A! Wirklich in A-Format! Das ist schön! So, was darf nicht fehlen? Ist ja wohl klar, ne? Krackling! Krackling Beam! Hähnert wie Sau! Hähnert wie Sau! Elfmal! Boah, Alter! Die sind so schön! Da ist mehr... Gips, äh, nicht... Wie heißt das hier? Äh... Harz! Harz drinnen als alles andere! Fünf haben wir schon? Also du hast zehn, ich habe einmal! Oha! Was ist das denn hier? Achso, Römerische Lichter! Oh, die Röhligs! Ja, voll geil! Keine Ahnung! Voll geil, geil, geil! Machen wir ein bisschen klein Zeug, woher ich auch mal? Oder Bier, keine Ahnung! Boah! So viel zum Ofen! Wollt's sagen, so viel zum Thema Klein, Alter! Kannst du noch Hip-Hop geben? War fast wie... War fast wie... Wolltest du gerade was sagen? Well, lass mal so! Seriös dies dass! Ananas! Hier ist die dritte! Danke! Bitte hier ist der dritte! Auch ein feiner Aperillo, Alter, der hämmert dir richtig in die Fresse! Oh yeah! Ja, kann man schon... Geil! Also nicht ganz wie Dreischlag von... Na, Funke, aber schon ähnlich! Und Preis-Leistung finde ich so eigentlich auch mäßig hoch. Geil. Mäßig. Geil. Mäßig. Genau. Hier haben wir noch ein paar Detonations. Detonations. Achso, warte mal. Hatte jeder echt nur eine, ne? Von denen hattest du. Naja, dann haben wir noch mal Katan. Das wird noch mal ein schöner Oldschool-Vergleich. Oder ein riesen Baller-Vergleich. Einmal D, einmal B. Nochmal B und nochmal B und nochmal D. Na gut, ihr wisst schon. Genau. Dann haben wir noch ein paar mehr. Hast du Detonations schon gezeichnet? Ja, hatte ich gerade gezeigt. Achso. Ich kriege gar nicht mit. Wir sind sehr aufgeregt. Fünfmal? Hatten wir doch gar nicht. Wir müssen echt noch mal gucken, glaube ich. Einfach mal. Super Rölis. Bei dem weiß ich es. In Doppeldingern hatte ich ein, du zwei. Okay. Ja, das kann sehr gut sein. Genell. Alkohol, du. Oh, Moschitis. Achso, übelst du hier bestellen? Ja, zehnmal. Oha, hier sind Spiele. Moschitis. 5, 7, 8, 9, 10. Das hast du gut gemacht. Einen hattest du. Stimmt. Donner Schlacht. Schlachtest du das Zeug mal rein heute? Boah, Kass. Mach der. Dolle Fickl reicht, oder? Das freut sich so gerne noch gut. Oh, dann haben wir hier Smoke Perrin. Oh, das müsste auch zweimal sein. Vielleicht noch in dem anderen Karton. Da sind noch ein paar mehr drin. Jojo. Dann haben wir hier Rauchgeschwader von Funkel. Das sieht so gut aus. Machst du da? Brole. Nichts? So, genau. Black Box Böller XL, keine Ahnung. Ich kenne die absolut nicht, deswegen einfach mal mitgenommen. Auf blauen Dunst. Chili Spinner? Oho. Am besten schon so ein bisschen so hinstellen. So. Einmal für You. Oh, ich dachte nicht so. Einmal für Me. Oh, danke. Dann haben wir hier, die eigentlich selten dämlich waren. Ja, ich kann dir auch helfen eigentlich hier. Die Dinger hier. Oh, cool aber. Cool. Ja, echt. Dann waren wir selten dämlich, ne? Jeder einmal bloß. Oh, wir sehen nicht ganz süß aus, klein. Schauen wir mal einen raus? Ja, hol mal einen raus, Alter. Ich hol den raus. Oh, hol den raus. Guck mal, sie sehen aus wie Flashys. Flashbanks. Süß, ja. Aber wenn die gut sind, sind die gut, ne? Das macht Sinn, ja. Keine Ahnung. Dann haben wir denn da. UFOs. Kleines Zeug könnte so was für mich sein, ne? Jo. Skaterie F2, ja. Schildschraubelis. Pottichil Magdesign. So, was haben wir denn hier, ne? H-Pots. Tampons? Genau. H-Pots. Ich hab keine Ahnung. Irgendwelche Crackers hier. Genau. Tampons, Alter. K2, 1,3 Gramm NEM. Äh, der Ars. Ah, das ist aber schade, Lene. Ganz, ganz lüttl, lüttl. Oh, wollen wir mal gucken, ne? Ist egal. Wir laufen uns mal rein ins Video. Ja, dann gucken wir mal rein. Die haben keine Labelung, die sind einfach noch rot. Ach Gott. Oh oh. Mal gucken. Massenzündung. Einfach reinbrennen. Genau. Ja, ja. Und jetzt kommen wir mal rein. Jetzt ist alles deins jetzt. Ja. Ja. Oh, was ist das? Oh, Nicoglycerin. Ah. Da ist doch nicht alles drin. Ich wollte das auch schon sagen. Ja. Oh, geil. Die hatte ich auf jeden Fall zweimal. Ich weiß nicht. Schwerkraft habe ich. Das weißt du. Nicoglycerin. Hatte ich auch. Oh, fantastico. Oh yeah. Oder so ähnlich. Dann machen wir da rein. Dies machen wir da hin. Und da. Das ist mein Karton. Und da. Dann musst du nachher fahren. Wunderbar, genau. Dann nehmen wir bitte die nächste Schwere. Schwere. Wir nehmen die Schwere. Schwere. Danke. Sorry. Alter. Schwer ist untertrieben, Juni. Also. Ops. Fuck, Juni. Schaffst du mich doch nicht gleich? Oh, Entschuldigung. Boah, ist das schwer. Digga, was da? Selbst beim Stuhl ziehen ist das schwer. Hand ist da drin oder? Oh, ja. Oh, ja. Oh, yes. Purple Rosette. Ich mag Rosetten sehr gerne, Herr Gray. Vor allem relativ leicht, ne? Aber geil. Rosettis und Rosettis über Rosettis. Mhm. Auch ne bunte dabei? Ja. Genau. Einmal bunten, zweimal lila. Habe ich wirklich so viel Böder bestellt? Ja, du hast schinkenweise Böder. Ja, die fetten Batzen und die Schinken kommen jetzt. Ah, roter Corsana. Fette Rhymes, so soll es sein. Darf irgendwie kein Jahr fehlen hin. Geoshocks. Hast du die angefert? Geoshocks. Geoshocks, der Schuhdaten. Ja. Oh, auf jeden. Haben die letztes Jahr so gut gefallen, dass du die mitnehmen musstest? Ich habe die noch nie gehabt, Digga. Doch, wie letztes Jahr. Achso, einzelne. Ja, aber noch nie in so einem fetten... Nein, die hatte ich doch letztes Jahr gehabt. Achso. Ja. Ja, deswegen, das kann sein. Ja. Bitte, ihr Geschenk, wohin? Ich bin überfordert, Digga. Bom! Was knallt mit dir sein? Na, icke. Und icke. Mein Gesicht. Was haben wir hier? Oh, Big Shots. Explode. Wow. Und langsam wird das voll hier. Joa. Pern und Pern. Pern und Pern. Oh, guck mal. 10 Schuss, 30 Millimeter. Schönes Ding. Wenn ich das sehe, dann steht er. Oh, ja. Geil, das hier. Oh, was soll ich hier vertreiben? Ich liebe es. Neidwisch. Findet man auch nicht mehr alle Tage, ne? China-Bölle. 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 Oh je. Super-Bölle. 2. Oh wei. Na, die wolltest du doch haben. Booster! Ach, wir wollten uns den teilen wegen Kohlen. Achso, ja. Und Booster-Bee. Danke sehr. Racketis. Ignis. Und was habe ich da noch? Puppeluppeluppe. Puppeluppeluppe. Genau. Naja. Äh. Bissens mal schon, wir sind durch. Entschuldigung. Ich bin seit vier Beine und habe nur drei Stunden gepennt. Oha. Na gut, dann habe ich nicht gesagt. Der ist so gut gebummst. Ja, den haben wir schon aufgestimmt. Scheißigade. Aufgestimmt und wir zusammengeklebt, Scheißig. Ne? Hauptsache, die Waffe hat eine Stimme. Auah. Oha. So. Hä, das sind ja schon alle Raketen gewesen. Was ist denn jetzt hier? Ja. Da bin ich mal echt verspannt jetzt. Ah ja, da ist er doch nicht. Hä? Das ist doch schwachsinnig. Na, ist doch egal. Ne. Geht ja nicht anders, ne? Die Raketen müssen halt in so einer Traum geliefert werden. So, das kennen wir ja, ne? Das ist Schmausis. Und? Wollt ihr uns wieder Raketen? Lade ich auch noch. Ach, die Raketen krachen so rein bei dir und die Hörderschenken, ne? Ja. Alles geschmeidig. Ja. So. Gesamtübersicht. Hm. Ich glaube es nicht. Ach, da sind ja auch noch die Katzen hoch. Ähm. Oh. Alter. Lass doch mal die Bude stehen, Junge. Das ist mir scheißegal. Naja, das ist doch nicht dein. Dann geht es ja mit Nicoglycerin. Und er hat aber noch nichts zu sicher. Oh. Neu. 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 Oh baby. Na dann. Bis gestern. Tsch 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 Tsch.